Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Sicher wollt auch ihr eine spezielle Ruftonmelodie einstellen, damit ihr immer wisst, wenn euer Samsung Galaxy A53 5G klingelt. Wir gucken uns in diesem Video mal die ganzen verschiedenen Klingeltöne an. Gut, vielleicht nicht alle, aber einige. Die spielen wir mal an und wie wir einen Klingelton für uns einstellen können, das seht ihr im Video. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal mit den Klingeltönen beschäftigen von unserem Samsung Galaxy A53 5G. Vielen Dank an die Firma Maisboop, die uns dieses Gerät hier zur Verfügung gestellt hat, denn so können wir damit unsere Tutorials drehen. So, einmal in die Einstellung müssen wir, um zu dem Bereich Töne zu kommen, also hier einmal rein und dann sehen wir hier schon, brauchen wir gar nicht scrollen, ganz oben Töne und Vibrationen. Und das wähle ich jetzt einmal aus und so sieht das Ganze aus. Alles zum Thema Klingelton, Benachrichtigungston und was es nicht alles gibt, Vibrationen. Und hier oben sehen wir, der aktuelle Tonmodus ist eben so, dass Ton, ja, ertönt. Wir können das Ganze auch auf Vibrieren umschalten oder komplett auf Lautlos. Ich lasse es jetzt mal auf Ton und dann kann ich zusätzlich noch sagen, ob eben beim Klingeln des Telefons auch vibriert werden soll. Das heißt, wenn mich einer anruft, ob das Ganze in der Hosentasche auch noch vibriert, falls ich irgendwie gerade anderweitig Musik höre oder sonst irgendwelche Geräuschkulisse habe, ist das ganz praktisch. Und hier sehen wir dann schon Klingelton, Benachrichtigungston, Systemton. Das wird eben in diese drei Kategorien unterteilt. Und wir wollen uns um den Klingelton kümmern. Wir sehen hier an dieser Stelle schon den Ton, der praktisch gerade gewählt ist. Der wird hier angezeigt und zwar ist das Galaxy, Galaxy Belts. Galaxy vorab, diese erste Galaxy bedeutet eben, dass es aus der Rubrik Galaxy kommt. Wir sehen hier, wenn wir nach oben scrollen, hier die Rubrik Galaxy. Das steht da einmal so drüber. Wir haben hier verschiedene Rubriken. Wir haben dann hier auch noch Ruhig. Also das sind dann eben entsprechend kategorisierte Klingeltöne, die dann eben unter Galaxy Ruhig Fun oder zum Schluss noch Retro fallen. Also ganz cool gemacht, dass wir hier vier Oberbegriffe haben. Wenn wir generell schon wissen, wonach uns ist beim Klingeln, sage ich mal, dann können wir da direkt in die Kategorie reinstürzen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ich möchte gerne was Lustiges hören, dann gehe ich hier zur Kategorie Fun natürlich. Kann natürlich auch was anderes auswählen, aber das ist natürlich hier von Samsung schon nett vorab so gemacht. Und dann gucke ich hier mir mal so ein paar an. Ja, traurig ist was anderes. Das passt schon ganz gut. Dann gucken wir mal hier bei Galaxy. Dann bei Ruhig. Herrlich. Okay, ich würde mir wünschen, dass wenn man den nochmal anklickt, dass das pausiert. Ist nicht so. Und dann haben wir hier noch Retro 80s Phone. Boah, schnell weiter. Yeah. So, ich habe mich für den Zirkus entschieden. Ihr seht, mega viele, mega coole Klingeltöne, finde ich. Da haben einige echt viel weniger im Angebot. Also das, was ihr hier bekommt, da ist schon echt viel Gutes dabei. Zudem ist der Sound auch echt erträglich. Also muss ich echt sagen, top soundy an dem Gerät. Und ja, ich habe jetzt mich für einen Standard-Klingelton entschieden. Nämlich, jetzt seht ihr auch nicht mehr aus der Kategorie Galaxy, wie es eben da stand. Oder wie es auch hier noch steht. Sondern eben aus dem Bereich Fun. Und zwar den Zirkus. Und wenn mein Telefon jetzt klingelt, wenn mich einer anruft, klingelt es dann eben so. Das ist doch cool. So, so wählt ihr euch euren Klingelton aus. Ihr habt dann hier auch noch die Möglichkeit, hier ganz oben zu sagen, stumm. Oder ihr könnt ganz oben auch noch einen Klingelton hinzufügen aus eurer eigenen Mediathek. Sofern ihr hier Sounds drauf habt. Wir haben das gerade nicht. Standardmäßig ist ein Ton dabei. Dieser hier Over the Horizon. Ja, cool. Hier kann ich das auch pausieren. Das ist ganz angenehm. Und ja, das war es im Prinzip. Wir können dann hier, wenn ihr natürlich hier jede Menge Musik habt, könnt ihr das auch hier nach Alben, Interpreten, Ordnern und so weiter staffeln. Und euch so euren Ton aussuchen. Und ja, euch das Ganze dann hier bestätigen. Beziehungsweise könnt ihr auch hier suchen, wenn ihr so viel Musik habt, dass ihr da völlig den Überblick verliert. Dann könnt ihr jetzt hier auch irgendwas eintippen. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ich bin schon mit diesen Standard-Klingeltonen bestens bedient, muss ich sagen. Da sind echt viele coole dabei. Auch die 80er Retro-Sounds, die finde ich ganz cool. Und ja, das war es zum Thema Klingeltonen einstellen beim Galaxy A53 5G. Ich hoffe, die vorgespielten Melodien haben euch auch gefallen. Und wenn euch auch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und viel Spaß beim Einstellen eures Klingeltons. Ciao. Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.